Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wollen wir mal hier von den Minions ein kleines Mop-Update machen. Ja, das ist ja so ein kleines Heftchen und wie ihr seht, sehr gefüllt ist es noch nicht. Das Licht zu einem an der Tatsache, dass wir hier jetzt momentan Schwierigkeiten haben an die Booster zu kommen. Ich war in vier verschiedenen Kioske und wir haben alle Schwierigkeiten an die Booster zu kommen. Die sind nur dermaßen gefragt, logischerweise, dass man da schlecht jetzt zurzeit rankommt. Und ich sammle ja zurzeit auch noch die Gü-Eier. Da sind ja die Minions auch mit drin, wie ihr wisst. Und deswegen sammle ich jetzt erstmal, mache ich jetzt erstmal die Gü-Eier. Vorrangig, bis ich die voll habe und dann hoffe ich ja mal, dass man wieder Booster hiervon bekommt. Wenn nicht, muss ich mir welche aus dem Netz bestellen. Wollte ich eigentlich weniger, aber wenn sie es nicht vermeiden lässt. Gut, dann muss es halt eben so gehen. Wie gesagt, wie ihr seht, sehr voll ist die Moppe noch nicht. Da fehlen noch Etel hier. Ja, was natürlich blöd ist, das ist hier mit diesen Postern, da passen die Nummern nicht. Weil hier haben wir 172, 171, das passt, aber da 169, 170. So, und deswegen musste ich die ein bisschen anders legen, weil hier hätte normalerweise die 169 gelegen, denn wäre hier die 170 gekommen, hier die 171, da die 172. Ja, das war's mit der Moppe. Ja, hier hinten habe ich noch die limitierte Karte, die hier mit in den Dings drin war. Ja, wie gesagt, wenn ich die Ü-Eier voll habe und bzw. wenn ich die Ü-Eier voll habe, gehe ich mal davon aus, dass ich wieder an Booster rankomme und dann werde ich mir wieder ein paar Booster holen und dann geht es auch hier wieder weiter. So, ansonsten war's das erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.